Nach einer langen Pause geht es jetzt weiter mit Rogue Legacy. Ich habe mal ein bisschen gespielt wegen Fraps Aufnahmen testen, dann bin ich leider Gottes jetzt auch gestorben mit den Assessinen. Und ja, es ist nicht viel passiert, er hat auch nicht viel verpasst, aber ich habe eigentlich nichts gefunden, ich wollte nur wegen Aufnahmen testen, testen halt, wie es jetzt so ist. Ja, und jetzt scheint es eigentlich ganz gut wieder zu laufen und ich hoffe, es geht dann jetzt ganz normal weiter ohne irgendwelche Probleme. Oh, ein bisschen schnell hier. Durch, eigentlich. Da habe ich nicht gesehen, wo ich gerade war. Oh ja, mhm, mhm. So, schnell durch. Alles zu schnell durch. Ah, mhm. Komm, einmal ausrechnen, das kann ich gut gebrauchen gleich. Mal, aber jetzt noch nicht. Äh. Wirklich? Ich habe nach unten gedrückt. Ah, mein Gott. Alter, der hat ja wirklich irgendwas mit den Räumen hier, ne? Wirklich. Dö, 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 dö. So, danke dir. So, Mimic ist unten. Sehr schön. Oh, wirklich. Wie soll man das denn wissen, bitte? Kommst hoch und wirst gleich dem Gegner getroffen. Komm, komm, schmuck durch. Ach, schön, Boss gefunden. Ja, sehr, 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 sehr schön. Muss man schon, leider Gottes zu sagen. Und leider Gottes bedeutet das immer ganz gut bei mir. Äh, nein. Nein. Ja, ich habe mich nicht nach unten gedrückt, aber egal, Spiel ist egal. Dann gehen wir mal schnell den anderen Weg. Aber dieses Mal wieder ein bisschen besser. So, anders schnell rüber. Da schnell durch. Nicht lange rumfackeln. MP immer wieder auch zurückzuholen, ist immer sehr gut. Ähm. Oh, haben wir schon den nächsten Boss gefunden. Das ist auch sehr schön. Es läuft gerade mal wieder. Es wird kein Speed machen, weil Gegner sind zu stark im Umfang. So, der ist weg. Wir werden eigentlich nur Bosse finden erstmal. Wow, das war knapp. Wow, wow, wow. Wenn der Wolf sich jagt, ne? Ne. Ne, 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 ne. Take me damage. Ist easy als weiß der Geier was. Danke sehr. MP plus 5. Oh Gott. Ah, Schatze! Nein, Spaß beiseite. Oh, Fraps. Weiß nicht, wie, äh, gerade, ob wir es in den Dings... Ähm, wer heißt das, äh? F.A.S. Drops, ne? So. F.A.S. an Drops. Das sind ja schön. Das sind ja wirklich nicht schön, sowas. So, nur noch ein Boss finden. Mhm. Gut, ich hab den Boss gefunden. Nee, ich, ähm... Ich muss ja eigentlich nur runter. Das ist das Falsche runter. Oh, nicht schlecht. Warum gehe ich das Falsche runter? Okay. Mal weg mit den Typen. Ne, hier rüber. Da mal durchglitschen. Ach, was ist denn durchglitschen? In den letzten Moment da rein. Random-Tilporter brauche ich nicht. Das ist total falsch. Das sieht schon mehr nach richtig aus. Das sieht auch ganz gut aus. Nur irgendwie nach unten kommen. Ja, irgendwie. Ah, da sind wir schon unten. The Land of Darkness. Merkt nix hier. Schade, 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 schade. Ja, komm mal her. Danke sehr. Dann haben wir einen großen Zombie. Danke sehr. Hm. Oben ist nix. Gut, was fange ich denn jetzt an? Das ist das Bisschen nach Belähen. Ich glaube, ich fange erst mal mit der Xanderer an. Weil ja doch, kann ich ruhig mit denen anfangen. Ich glaube, den kann ich so noch besiegen. Na komm, dann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wunderbar. Sehr schön. Hat ziemlich lange gedauert, aber egal. Aber Speedrun wird das jetzt nicht, weil es ist jetzt ein bisschen... Man merkt, dass wir inzwischen unterschiedlich sind. Plus, äh, New Game plus 4 und jetzt New Game plus 6. Also von daher ist es in Ordnung. Dann machen wir dann den ans Nächstes. Hallo, du. Ich hoffe, ich kriege dann nächstes hier mit den, äh, Spellswort was zu tun. Dann ist es eines ein bisschen einfacher. Oh mein Gott, wirklich. So, schlagen, 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 schlagen. Ja, komm, 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 komm. So, weg mit dir. Oh Gott. So, schaffe ich das jetzt so? Danke sehr. Uiuiui. Geld, 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 Geld. Geld, gib mir Geld. Auch Money. Take all my money. Money, money, money. Gut, verteidigung plus 2. Magie, Damage plus 2 ist auch in Ordnung. Nicht so ganz, was ich ganz gerne haben möchte, wegen HP oder sowas in der Art. Aber man soll ja nicht immer rummeckern, ne? Das ist wichtig. So, gehen wir mal ganz schnell. Hoffentlich. Brainst du die Lungen? Okay. Na ja, du. So, okay. Okay. Mini, mini. Oh, wirklich. Komm her. Komm her. Komm her. Komm mal her. Puff. Du, 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 du. Oh, ich wäre langsam schlichtweg. Das ist doof. Du darfst echt nicht rausgehen. Früchte Luft ist doof. Danke sehr. Oh, wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit ein. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie lange. All of the city sagt elf, siebzehn. Okay. Oh, MP plus 15 ist so, auch in Ordnung. Oh, noch hier, Daktus. Oh, Gott. Oh, Gott. Uff. Der wird schwierig. Ich hab hier noch mit. Der wird extrem schwierig. Das ist wirklich der fieseste Boss, meine Meinung nach. Okay. Er ist ja nicht schwierig oder so, ne? Aber trotzdem. Wirklich. Ich hab geschlagen. Oh, Gott. Wirklich. So, weg mit den. Weg mit den. So. Wo ist ein kleiner Schleim, bitte? Gibt's nicht, oder wie? Doch. Wow. Habt ihr gesehen, wie schnell der ist? So, den erstmal weg. Mal versuchen, den wegzumachen. Oh, wirklich. Danke sehr. Wow. Das war knapp. Oh, Mann. Wirklich. So, danke sehr. Oh. Ich kann das jetzt nur verkacken, eigentlich. Wow, wow, wow. So. Wupp. 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 Danke sehr. Ähm. Danke sehr. So. So. Wupp. 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 Der... Ach, mein Gott, ey. Geh sterben, bitte. Oh Gott, ey. Bitte. Hör auf, mich zu nerven, bitte. Danke sehr. Oh, geh nicht runter. Oh, meine Güte. Oh, komm. Komm, weg mit euch, bitte. So, okay. Okay, okay, okay. Ich hasse Schleim. Ja, die Siche bringen mir nix viel. So, der ist weg. So, ein nach ne anderem. Ein nach ne anderem. So, danke sehr. Danke sehr. Ja, komm mal her. Oh, komm. Komm, komm, komm. Ich weiß, der letzte Boss-Cunt ever. Ich weiß. Aber mir ist egal. Hauptsache langsam. Danke sehr. Krieg ich einen Schaden, oder wie? Na gut, egal. Nehme ich das in Kauf? Schön, HP und MP plus 5 gestärkt. Plus 1, das ist sehr schön. Ah, haben wir schon alle Bosse schon besiegt. Das ist sehr schön. Jetzt nur noch ein bisschen HP sammeln. Mehr oder weniger. Gebt mir auch HP. Need all HP. Hab ich schon alles aufgesammelt hier, oder wie? Oh, nein. Ja, hab ich schon alles aufgesammelt. Äh, es ist ja doof. Äh. Ja, komm, mach mal auf, bitte. Das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, jetzt sind wir gleich bei Johannes angelangt. Hit Raider. Und es ist bla bla bla. Wir kennen ja schon alles. Oh mein Gott. Hallo, Traitor Johannes. Ja, komm. Wupp. Wupp, 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 wupp. Oh man, wirklich. Wirklich? Wir sind gestorben? Oh, wirklich. Na gut, egal. Ich kenne es scheiße. Traitor ist cool. Wir wollen. Oh man, wirklich. Oh ja, komm. Barriere ist vollkommen in Ordnung. Oh, du bist... ...schwierig. Was heißt hier schwierig? Du bist voll schwer, ne? Äh, ich bin ein schwere Mage. Ja, komm. Danke sehr. Oh, ich bin gestorben. Das ist so dumm, ey. Oh, komm, 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 komm. Danke sehr. Wie geil war das denn bitte? Ey, mag ich ja schon glöger. So ungefähr. Das ist geil. Das möchte ich jetzt, äh, öfters mal haben gegen sowas. Nein. Nein. Nein! Wirklich! Und genau das meine ich! Irgendwann wird das... hast du kein Glück mit dem... boah ey. Ey, da zweimal gegen den Bostus zu sterben ist doof. Nein, ich benutze keine Dings ohne da... Ja, mit den anderen Runen wäre das jetzt ein bisschen schneller gegangen oder so, wenn ich jetzt Gegner wieder auf Schwächen getan habe. Oh Mann, komm! Ach komm, wirklich! Ah, ich möchte jemanden anderen haben... Nein... Oh, wirklich! Spiel wirklich! Oh mein Gott, ey! Okay. Und genau deswegen hasse ich Rock Legacy manchmal. Manchmal kriegst du wirklich kein Glück mit den Charakteren oder sowas. Willst du einen Space Sword haben? Kriegst du den nicht! Komm, machen wir jetzt auf dem Altmodisch ab. Wirklich! Wirklich! Komm! Geh weg, bitte! So, weg mit dir! Danke sehr! Ah, das ist doof, ey! Jetzt habe ich ungefähr drei Minuten oder vier Minuten verschwindet, ey! Bei diesem Bosskampf! Ah, das ist alles so dumm, ey! Man legt die Wartung ein bisschen höher und dann passiert genau sowas. Oh ja, wirklich! Okay! Ach, wirklich! Ach, komm! Jetzt habe ich dich ja auch eigentlich nochmal. Danke sehr! Messer over powered, ey! Ah, es ist nervig! Ah, es tut mir leid, dass es die Folge jetzt ein bisschen in den Längel gezogen wurde. Na gut, kann ich jetzt auch nichts dafür. Ja, es wäre ein guter Run gewesen, aber gut, ich bin jetzt ein paar Mal gestorben. Das ist ein bisschen sehr doof gewesen, aber man sieht sich demnächst wieder, oder... weiß nicht, irgendwann mal auf jeden Fall demnächst wieder damit. Und, ähm, ja... Doof gelaufen eigentlich. Äh, ich hätte den Run wirklich schneller schaffen können, aber ich war... zu gierig! Sag mal noch so, so gierig ein bisschen. Aber schön war es trotzdem mit den... den Johannes ein bisschen jonglierend beizubringen oder so, mit den Flammenwirbeln, aber noch gut ist. Äh, jetzt muss ich mit den Paladin versuchen, irgendwie durchzukommen in der nächsten Runde. Äh, äh, das wird ein bisschen schwierig. Äh, 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 äh... Ich hoffe, ich habe alles aufgenommen. Ich glaube eher nicht, wie ich mich kenne. Doch, ich habe alles aufgenommen. Gut! Äh, 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 äh... Meine Güte. Was? Ja. Support, ja, gut. Hätte ich jetzt diese Ringe gehabt, wo ich die, äh, 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 Gegner-Levels runterbringen könnte, wäre ich glaube ich noch viel schneller fertig eigentlich. Könnten wir mal machen. Aber nicht jetzt so. Irgendwann mal, wenn ich in Season 3 starte oder irgend so was dann hat. Äh, Kinder, weg. Nur G plus 7 kommt demnächst wieder. Dann. Und dann.